Wir sind für Erdogan und wer möchte keinen Erdogan wählen, er verliert. Erdogan ist stark. Wir sind hinter ihm. Wir sind ein Volk. Und wir sind stolz auf ihn. Naja, wir erwarten, dass es immer besser wird in der Türkei. Es ist nie gut genug, würde ich sagen. Naja, hoffen wir das Beste, dass da der Richtige an die Spitze kommt. Also den lokalen Medien zufolge hat er irgendwelche Mahnprobleme gehabt. Ich habe auch ein paar Bilder gesehen, wo sein Puls gemessen wurde. Wir wissen nicht, was mit ihm ist. Hoffentlich geht es ihm gut. Wer gut gearbeitet, egal welchen Bereich. Also militär, religiösisch oder demokratisch. Egal wer, gut geteilt und gut gearbeitet. Dann wähle ich den. Das ist normal. Das ist ein Mensch. Ich bin auch heute zum Beispiel ein bisschen erkältet. Aber trotzdem, wie gesagt, der ist auch ein Mensch. Der kann auch ein bisschen krank werden und dann morgen wieder gesund werden. Das ist alles normal.